so kloppt oder jeden älter sprintet bei mir okay an der bank brauche ich nichts mehr machen und ich habe hier noch ein paar munition hier unithologe artefakt tram service da gehen wir doch mal rein jetzt option eine mission kom wir fangen police kann zu mir die immer schön die lage in gründen da kann man das kurz okay drückt er das direkt klar ich bin gierig alter auf die optionale mission irgendwie hat es schon lange nicht mehr gespeichert ich habe irgendwie frisch ist irgendwie jetzt nachher kackt das spiel ab oder so genau was ich aber glaube ich ja eher weniger glaube so okay sie ist ja auch so ein schiff genau kenne ich neuer aber da müssen wir nicht hin sondern das woanders genau wir müssen woanders müssen hier rein bei der bank gehe ich jetzt auch nicht bei dem anzug station auch nicht brauchen wir jetzt nicht ja meine reaktion war gerade etwas schlecht deswegen habe ich erst den aufzugsschalter später gerückt jetzt hat es gestartet ja waffenarsenals hockey waffenarsenal da müssen wir ganz genau zuhören und aufpassen geile knarren oh mein gott da müssen wir rein aber ich guck noch da hat noch ein munitionsclip ja das brauche ich wenn es sowas gibt ja für mich gibt es natürlich nichts mehr da hinten da auch guckt da vorne ah das sind kisten zocki siehst du das ja da bin ich gerade dran ich finde den sound immer so geil so drückt ja wenn er das zeug nimmt da ja beschissen kakku und so eine nein da hast du daneben geschlagen kollege gelitten du hast eine stase stärke aufgehobene ja kann sein bin ich darauf geachtet ich hätte von dem gegner etwas mehr erwartet weil er hat mich am anfang gar nicht getroffen naja also ich nicht was ja also sagt es ja ich hätte mehr erwartet und ich sagte ich nicht weil hier mehr schaden zugefügt habe ja bei mir waren sie ziemlich schlecht ehrlich gesagt hey komm komm rein komm rein rein komm rein ach du stehst schon da ok ja ich dachte du wärst ja noch draußen sollte ich mal besser aufpassen hier naja hier hier und ist uns kript irgendwie laufen wir die ganze zeit durch dieselben sachen was ist das für eine kamera hier ist so oder der gegner der rötts moin sens leute kontaktstrahlen wollte auf die fresse haben könnte gerne haben hier opfer opfer aua hey willst du aufs baul haben digga komm her da will er mich kriegen der hohen sohn aber er schafft es nicht lass mich in ruhe ich will lieber munition sparen ich kriege ich kriege eh genug hier ist eh genug munition also von daher Wayne ah hier ist glaubt wieder ein mini spiel aber da kümmern wir uns gleich drum ich sammle noch ein paar sachen ein ja Wolfram geil warte ich hab wieder kein Leben ich muss mich eigentlich verarschen warum ist mein Leben drück mal Q geht nicht dann geb ich dir mal ein midi pack bei mir ist das jetzt in letzter zeit immer leer danke bitte ich frag mich warum das immer leer ist weil sonst hatte ich ja immer im überfluss also die midi packs keine ahnung naja Wayne naja soviel zum thema buggy ja ich sage da lieber nichts zu so mini spiel electrical engineering interface warte auf partner warte auf partner warte auf partner komm jetzt ding 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 ok warte warte mal da noch gucken ah da gibt es ja auch noch sachen ok aber jetzt aber aktivieren wir wir mal den ganzen scheiß das ist jetzt noch einen ticken schwieriger bestimmt schwerer meine ich nicht schwieriger das war kein gutes deutsch ja ey du hast es mir geklaut nein hab ich gar nicht dun 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 oh da hat es mir wieder geklaut da wollte ich eigentlich hin jetzt dabei wollte ich dir nur deinen weg verkürzen weil du musstest ja nur geradeaus gehen ja genau ok hier hat sich gerade geöffnet da können wir jetzt also durch hier geht es wieder was geiern geiern jawohl ganz viel nehmen hier geht es auch noch was richtig richtig wilde typ ich bin wo ganz anders der zeit aber ich komme zu dir so wo ist er aber der fette die wollen einen blowjob haben glaube ich deshalb also also sind sie alle so geil weißt du so richtig zu bewegen die wollen richtig hart herangenommen werden hier bis zum anschlag so ich habe glaube ich eine andere seite keine sachen aufgehoben dabei ich muss eigentlich da woanders hin wir können können wir dann noch mal rein rein nur halt also du also du warst noch nicht da deshalb ich habe hier gibt es nichts mehr dabei schon weil weil ich hier noch nicht aufgehoben habe ja okay 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 alles klar alte alte wie die ganzen monster alle wegschieben die haben einfach keine chance gegen uns nur aber die versuchen es trotzdem versuchen ihr Glück alle wegschieben füchern machten abgang er oder kommen wir immer mehr wenn ernst aufgehoben aber lass mich doch jetzt mal in ruhe alter ich bin gleich tot jetzt man immer noch mal deine base ich konnte irgendwie grad nicht boxen immer nachladen das wieder einer okay genau ist aber nicht so ist geschlitzte hier also ich brauche ich brauche leben ganz dringend aber ich habe nichts schreckt den gerade da der ist da herunter geflogen anscheinend okay da hast du mir leben gegeben ja dann ja für die drei medipacks du hast genug immer ich finde das geil dass man sich die immer teilen kann und so und dem anderen was geben wenn er was braucht genau ja endlich nur plus zwei schaden geht doch nur weil wir hätten ja immer plus oder minus genau weil es ist nicht gut jederzeit es geht leider nicht damit roll verriegelt ich vergesse mal auf den schalter zu drücken ab und zu sieh mal meinen sie mal meinen lebensbalken mal an ganz kurz ja ich sehe es der ist gelb jetzt ist er voll schön blau wieder ja ist hellblau sieht richtig geil aus finde ich ich auch da hinten ist was geiern geiern so macht mir besser als per sie da unten lass sie killen da war eine granate weg da unter dir unter dir wir nehmen jetzt den aufzug komm lass runter boah kann ich nicht in deckung irgendwie na egal es geht noch nicht weiß ich nicht schau mir mal die sachen hier alter die waffen mit kisten ne die kisten die habe ich genommen ach 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 wir haben mich gleich helfen mir mal die müssen mir helfen schon wieder alter lasst jetzt mal runter das bringt nichts da kommt noch mal mehr irgendwie ist doch so voll die tomaten alter da unten ist noch mal einer da hinten dann konnte ich gerade nicht killen plasmakern habe ich auch noch ein waffenteil die gute nachricht ich habe die schlüsselkarte zu einem waffenlager super lassen sie sich nicht umbringen bevor sie sie nutzen können danke cover da hinten bug noch mal einer doch nicht der lebt aber ich habe wieder so hässliche grafikfehler boah ich bin echt tot dicker ich bin ein schlag und ich bin tot guck's dir an echt oh man der gibt aber auch nicht auf ne aber er hat mich fast oh danke alter du hast mir das leben gerettet kein problem so schön sie haben mal wieder gut munition fallen gelassen hier ist der bug somat gelagter noch ja perfekte ist immer noch mal nach oben weil da lagen ja noch kisten außerdem müssen wir auch wieder hoch sehe ich gerade ich scheiße einfach auf die grafik fehler hat er keinen sinn Ach Ach stimmt auch so ist okay ach ich kann gar nicht Ich wollte da rein obwohl da kein aufzug war beste Naja sollte man besser auffassen Guck mal Und hier sammle ich die ganzen gegenstände die da unten liegen Ja ich habe die schon eingesammelt Ich bin praktisch Aber das buggt bei mir Naja Doch wir müssen hier wieder in einen Aufzug ne Kommst du Also das war jetzt also das war jetzt gerade nicht so dieser Waffenarsenal den ich mir vorgestellt hatte Aber Wayne Nein Ich habe mir da auch etwas anderes vorgestellt Ein bisschen mehr eventuell ne Warte ich auch einfach nur fast So erstmal mal mal so Schlückchen trinken hier Jo Mach ich auch So Ganz ruhig Bruder ganz ruhig Warten Wir müssen dort hin Wir müssen da rein Ja Wir haben Wir haben das Ding geöffnet Wow Aua Okay Ich habe ja noch volles leer Ich habe gerade noch gekillt ey Boah Sonst halte er hat mich Er hat mich Alter lass mich doch in Frieden Wow Danke ey Ich habe dann gekillt Ey Das geilste ist Ja er schnappt mich einmal ne Ja Und danach Ja Stehe ich kurz auf und er schnappt mich wieder Ich konnte gar nichts machen Ja das kenne ich Von äh Die sind teilweise Die sind teilweise echt so fies Bei Bei Das bis 2 Da 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 waren sie auch so aggressiv ne Glaubt mir Ich habe kurzschluss gemacht Ich kann kurzschluss machen ja Ja Das kenne ich Was muss ich hier machen Oh 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 Dein Leben blinkt ey Das macht was Du musst die perfekte Stelle finden Das ist die blaue Stelle Dann dann Nein nicht das Doch Da war blau Da war rot dann So wie du dich selber geschadet hast Und wieder Nein Ich habe gemacht wo es blau war Ah hier blau Ach das muss hellblau sein Ja Nicht nur blau So Habs Und nochmal Zum dritten Mal Ich glaub dann war es Habs grad geparkt alter Das hat mir das gebracht Ah dass man die Tür öffnen kann ne Genau